Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play League of Legends. Ich muss das Spiel einen ticken Leiter stellen. Ja, wir sind Shogart vs. Riven. Alle Informationen zu den Spielern seht ihr jetzt eingeblendet. Ihr seht, ich verstehe das Matchup nicht. Ich bin unranked und komme die ganze Zeit mit Silber und Gold. Das ist so unfair. Ich habe mir der Riven ein bisschen nachgeguckt. Die scheint lange nicht mehr zu spät zu haben. An und für sich Shogart vs. Riven erfahrungsgemäß. Ich darf einfach nicht pushen. Ansonsten dürfte sie zumindest am Anfang so wenig Schaden machen, dass ich das locker überleben dürfte. Eventuell, ich weiß nicht, wie gut sie als Riven ist. Das ist natürlich immer abhängig davon. Das möchte ich nicht smartkasten. Also ich habe meine Kuh gerne, dass ich sie wirklich so aktiv irgendwo hinsetzen kann. Also dass ich eventuell auch die ganze Zeit Farme und die Kuh aktiv nebenbei habe. Ähm. Ja. Nennt die da ernsthaft noch ab? Ah, okay. Er kommt jetzt langsam und Braum ist hoffentlich auch gleich wieder da. Da war... Da war ein... So, der ist safe. Also zumindest sieht sie es und ich denke, dass sie innerhalb von einer Minute bis hierhin gekommen ist. Oh, da kann ich euch jetzt nicht helfen, Leute. Ich bin ganz woanders. Also die wurden... Ja, ja. Die können den Waffe vergessen. Der ist abgegeben. Tjo, kann ich nichts gegen machen. Ich bin leider sehr weit davon weg. Ich hätte rein zu deporten können, aber... Ah. Eigentlich voll unnötig. Äh. Tja, Vladimir. Guck mal auf die Karte und geh beim nächsten Mal bitte hin. So, Riven ist noch nicht da. Ich werde trotzdem natürlich nicht pushen. Ah, D-70. Wieso flashen am Anfang? Ja, ist klar. Hätte ich fast vermisst, da war ich total auf den... Rrgh, meiner. ...jet konzentriert war. Still is... Ah, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Hallo, Riven. Gut. Riffy, riff, riff. Scheiße. Ich habe daneben geklickt. Das ist jetzt schlecht, vor allem, weil ich zum Beispiel... Ach doch, ich habe den Lasted noch bekommen. Ja, eigentlich hätte ich den Leber mit der Kuh gemacht. Gut. Man kann sich nicht alles aussuchen. Jetzt habe ich die Kuh. Sie scheint bei irgendeinem Buff mit XP bekommen zu haben. Naja, wir müssen halt nicht ganz so... Mana, lass dich spielen. Das wäre ganz praktisch. Lass sie ruhig pushen. Mir ist das egal. Ich kann auch unterm Tower farmen. Ich meine, ich bin Shogart. Ich kann alles. Ich werde die ganze Welt fressen. Ach, shit. Kanone war zu schnell für mich. Ich habe kein Mana für meine W. Oh, scheiße. Nein! Das Fitzchen, ey. Riven, weißt du nicht, wie man deine Attacken setzt? Okay. So. Schick mich ruhig weg. Ich habe gerade keinen Lasted, den ich unbedingt machen muss. Der große ist erstgleich fertig jetzt. So. Wollen wir mal ärgern? Boop. Ach, ja. Leider komme ich nicht dazu, nach unten hin zu warden. Ich fühle mich ein ganz kleines bisschen unsicher hier oben. Aber ich bin so weit zurück. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Riven, testet mehr oder weniger ihre Fertigkeiten aus. Das ist interessant zu sehen. Ah, jetzt dürfte kein Tower... Nein! Wieso habe ich nicht den? Och, scheiße. Ja, wahrscheinlich hat sie gewordet. Aber sie hat schon ihren Potion benutzt. Und ich meine, bei mir sieht man ja ganz easy. Keine Probleme. Also was Leben angeht. Klar, Mana-Probleme immer. Ich poke hier viel zu sehr. Es heißt, ich... Oh, dieser Stun-Mädel. Dann greif mich doch an. Das musst du ausnutzen. Bitte. Beim nächsten Mal ausnutzen. Okay. Ach, scheiße. So, jetzt aber... Ja, die wardet da jedes Mal. Oh, sie wardet auf jeden Fall. Hat bisher einmal gewordet. Denke ich. Ähm. Nein! Nein, 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 nein. Scheiße! Hm? Der hätte nicht drauf gehen dürfen. Egal. Alter, ich bin so bad. So schlecht gerade. Ich meine, da ist jetzt 19. Sie hat... Ja, ich miss gerade 16. Ich weiß, dass ich den einen jetzt nicht gekriegt habe. Aber ich musste gerade sie suchen in der Übersicht. Äh, ich habe hier gerade keine Möglichkeit rauszukommen. Aber okay. Ja, sorry, Mädel. Ich habe aber übrigens keine Mana. Und es ist... Na? Flash! Wir haben einen Flash rausge... Good job. Oh, Flash ist... Nein! Mein Last Hit. Ja, hätte ich die Kuh getroffen oder hätte ich Mana gehabt, wäre es besser gewesen. Komm, Wladimir ist gegen einen Six. Was soll er machen? Immer abtauchen, ja, aber... Muss man... Ja, nicht unbedingt wissen. Nein! Wieso habe ich... Ich hasse das, wenn mein Autotech kommt, obwohl ich den eigentlich nicht setzen möchte. Das ist immer mega... Nervig. Nein, dann kriege ich nicht mehr. Alter! Was ist mit mir los? Sie ist nicht auf der Lane und ich komme nicht dazu, zu... Ähm... Farmen. Ja, wir müssen sie kurz nach vorne pushen lassen. Ich will hier nicht im... Riven-Bereich stehen. Also, Rive-Ware-Bereich. Entschuldigung. Boop. Der ist weg. Definitiv. Ich habe meine Ulti. Dö-dö-dö. Ich werde meine Ulti zuerst nur zum Farmen einsetzen. Puhu. Lass mich ruhig näherkommen. Ich stelle das nicht. Komm ruhig. Nein! Nein! Oh, Mann! Schade. Ich dachte, sie machte ich den einen Minion und dann hat sie zu lang gebraucht für den Minion. Scheiße. Das wäre besser gewesen, hätte sie den schneller gemacht. Hätte ich nämlich noch... Nein! Stürm auf mich zu. Setz deine Fertigkeiten falsch. Ist alles okay. Ähm. Also mir wurde zumindest damals so beigebracht, dass man mit ihr ein Skill setzen muss. Schlagen. Skill setzen muss, weil das die dann den Schaden, den du beim Schlagen machst, erhöht. Der war egal. Wieso... Ach, Mann. Konnte ich gerade leider nicht kriegen. Ich hätte mir den... Ach, Moment. Flashdown habe ich mir im Schaden paket. Oh. Ich hatte gerade vergessen, dass ich das Zeitendingels da installiert habe. Also nicht installiert, sondern eingeschaltet. Ist ja kein Installieren. Ähm. Ich frage mich nur, ob sie eben gelaufen ist oder ihren Teleport benutzt hat, als sie gestorben ist. Nein! Och, Mann. Und ja, ich mag das Coo einfach nur, um sie nachher ein bisschen nerven zu können. Sie ist immer noch weg. Wieso ist sie immer noch weg? Ich sehe sie auch nirgendwo auf einer anderen Lane. Hä? Was geht denn da? Ah, da vorne ist sie. Dann hat sie... Jungle. Definitiv Jungle. Jungle, Jungle, Jungle. Also, es sieht zumindest stark danach auf, was ich meine... Boop. Ich wollte dich nicht killen. Ich lasse nur meine Minions jetzt Schaden an dir anrichten. Hol mir jetzt gleich wieder einen weiteren Stack. Äh, lass dich Fertigkeiten machen. Freu mich in Keks. Ah, du hast aber schon Items gekauft. Die geht auf den Berserker. Also, Brutalisierer, schuldig. Nicht Berserker. Wie komme ich auf Berserker? Was ist... Gibt es überhaupt mal etwas, das Berserker sich nennt? Keine Ahnung. Jetzt machst du schon langsam besser, Riven. Sie weiß, weil ich keine Mana habe. Hohe mich kann, weil ich keine Mana habe. Dort nicht wirklich rangehen. Och nein, die ist so gemein. Die hat mir jetzt meinen Last-Fit nicht gegeben. Also, ich konnte halt gerade nicht ran, ne? Hätte ich ja richtig schön auf die Fresse bekommen. Ähm. Habt ihr... Ja, jetzt kriege ich auf die Fresse. Alles okay. Ich glaube, ich gehe gleich weg, hole mir ein bisschen Rüstung und dann passt das schon. Naja, also ihr wisst schon, ähm... Lord of the Ages. Scheiße. Och man, den habe ich doch eigentlich voll bekommen. Oh, ja, da unten hat gerade gegankt. Two OP, ja... Tanne. Oh, es tut mir so weh. Alles okay. Alles okay. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Ei! Yay! Sie ist tot. Den kriege ich nicht mehr. Wir haben das jetzt gemacht, weil wir ganz klar gesehen haben. Zhang Lava Bot. Sehr unwahrscheinlich. Äh, jetzt war er mit. Jetzt gleich sollte ich mich zurückziehen. Ich würde hier gerne noch ein bisschen pushen. Habe ich genug Mana für das Spiel? Ach, erstmal hier Ulti. So, jetzt haben wir drei Stacks. Och, ich würde hier so gerne noch mitnehmen. Und da müssen wir schon weg. Wir sind nämlich auch viel zu langsam und Lord of Ages bahnt sich jetzt zu uns. Ich glaube, ich kann mir noch nicht ganz leicht, ne? Ah, Lord. Ich kann mir schon mal auf jeden Fall den Katalysator, aber noch nicht Lord of Ages. Oh, scheiße, ich war... Sie hat mich zum Glück nicht gesehen, ey. Ich war ja total auf den Shop konzentriert. Ähm, Ward, Mana... Ne, brauchen wir nicht. Ähm, laufen wir? Ja, wir laufen. Ich habe den Farm nicht so nötig, den sie jetzt erholt. Und sie ist noch weit genug weg, als dass sie hier rechtzeitig da sein dürfte. Wenn nicht, wir können immer auch später teleporten. Ähm, dann haben wir im Gegensatz hier den Teleport nicht down... Entschuldigung, Hinterkopfkatzen. So, die Welle dürfte es eigentlich noch abhalten und dann dürfte der Tower kaum Schaden kriegen. Ne, er kriegt gar keinen. Nein! Ha! So, mit dem Katalysator sind wir natürlich klar im Vorteil. Ich meine, er hielt uns hin und wieder. Ähm. Motherfucker. Was ist das mit denen los? Wieso sind die so unfreundlich zueinander? So. Sie ist immer noch... Ne, da. Da. Tolligung. Ich habe sie gerade nicht gesehen. Was haben die bloß mit der Mitte? Die lassen mich hier oben ganz in Ruhe alles machen. Weil sie mehr oder weniger... Also Riffen merkt, kann sie nicht viel mit anfangen. Ich gehe auf Tanki Shogart und Tanki Shogart ist OP gegen Riffen. Also im Sinne von... Ne, ne, ne. Hä? Was will denn jetzt Vladimir? Hä? Vladimir? Entschuldigung, ich hatte gerade zu sehr auf die Karte konzentriert. Was macht Vladimir? Ja, ja, ja. Ich sehe, was du vorhast. Ich werde nicht so viele Towerhills werden tanken, keine Sorge. Ich werde jetzt hier gar nicht Riffen versuchen, eine Tower zu machen. Ja, ja. Ust, 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 ust. Ich werde jetzt hier auch nicht meine Mana alle rausschleidern. Das ist so useless. Oh mein Gott, er kommt wirklich. Das hat keinen Sinn, Junge. Das hat keinen Sinn. Wir kämpfen gegen eine Riffen. Bitte berechne beim nächsten Mal die Escape-Funktion mit ein. Und danach darfst du nochmal kommen. Jetzt hat er mich dazu gebracht, sich schön weit nach vorne zu pushen. Das ist echt ungeil. Ich will an für sich nicht pushen. Alter, bleibt doch, das ist meine Riffen. Entweder ich kriege sie oder ich kriege sie nicht. Ich komme da nicht rechtzeitig an. Oh, jetzt, weißt du, jetzt wollte ich eigentlich hier den Farm hier nehmen. Dann kann es knicken. Er findet es ist besser, wenn wir es so machen. Meine Fresse. Don't get greedy. Meine Fresse. Alles okay hier. Ja, toll, jetzt hast du mich Six hier hochgelockt. Ja, Six ist gegen mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, stärker? Ah, ja, aber hast mich nur durch den Tower gerennen lassen. Wo ist er hin? Er war doch eben noch da. Hätten die da unten irgendwo sinnvoll in Ward platziert, ne? Welcher? Wow. Hi. Hi, Lie. Irgendwann hätte ich dich nicht gesehen. So ist Fiora auf K. Oh, bitte nicht. Ach, Mann. Wieso? Wieso? Ja, ich weiß schon, wieso. Nein, den krieg ich nicht. Die ist eine, also Wladimir ist greedy users und... Ja, stun ruhig alle um mich rum, du. Ich weiß auch, wie deine Range ist. Ich hab selber Riffen gespielt. Also, das dürfte ich noch hinkriegen, das abzuschätzen. Ja, ich krieg hier keinen da. Das ist, ich mach zu wenig Schaden gerade. Okay, ich brauch nicht versuchen. Fiora ist noch nicht AFK. Ja. So, Braum ist aber auch schwer zu spielen. Und maximales Decks. Das hat mir jetzt so weh getan. Ich habe solche Schmerzen, solche schlimmen Schmerzen. Ich werde sterben. Die will mich pushen lassen. Ich will den Farm haben. Mann. Ich hab nur einen bekommen. Ich will diesen Farm so sehr. Ich muss mir bald Boots kaufen. Ganz, ganz weit. Ähm... Hier ist Garantiert jetzt geworden. Also, sie hat sich auch dahin bewegt. Dann denke ich, dass sie das gar nicht gemacht hat, wie ich auch. Miep, 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 miep. To OP to die. Okay. Hat der das nicht gesehen? Hallo. Hallo. Da. Poken. Ich poke schon die ganze Zeit hart. Entschuldigung, wenn ich so etwas mache. Aber ich denke dann immer, Leute, bitte... Jetzt ehrlich. Da ist auch noch ein Lee. Du, 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 du. Du, 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 du. Der Tower bei dir fällt, 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 der Tower bei dir fällt. Okay, Riffen kommt wieder hoch. Nee, Riffen kommt nicht wieder hoch. Oh, wow. Wieso bin ich jetzt reingelaufen? Ach, meine... Riffen teleportiert hoch. Oh, war das so notwendig, dass du denkst, der Farm würde jetzt ausreichen? Oh, scheiße, ich hab keine Manne mehr. Ähm. Trotzdem. Schaut mal kurz ihren Unterschied. Einmal wir haben einen Level-Unterschied und wir haben einen gewaltigen TP-Unterschied. Sie macht mal... viel mehr Schaden. Also ich muss sagen, meine Runen sind so ein Mischmarsch aus AD und AP. Ich sollte eigentlich mit ihnen mal Full Tank oder Full AP Runen gehen. Das ist ganz lustig. Aber ich weiß nicht. Ich bin auch zu kurz 30, als dass wir es nicht leisten können. Oh, I love it. Farm OP. Farm OP. Okay. So, und wir haben sie auch relativ... Na, wir haben sieben mehr Farm. Das ist kein Ausfarm. Boop. Boop. Greif mich hier mit meiner Himalians an. Das stört mich nicht. So, wir müssen langsam mal... Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Wir porten weg. Roger. Also ich werde auch bald mein Teleport benutzen. Keine Sorge, ne? Aber bis gerade eben sah ich da gerade noch keinen Sinn drin. Da wird gepusht, da ist alles okay. Die kommt sonst rechtzeitig an. Die ist weg. Schade, hätte ich das nicht machen müssen. Egal. Oh, ich habe die ganze Zeit dieses Go-Helm von Sivage-ID. Also, ne, Sivage-D, also Siv-HD im Ohr. Das ist so schlimm. Also wer es nicht kennt, ich verlinke es jetzt einfach mal in der Beschreibung. Was soll ich es auch sonst verlinken? Im Video ist immer irgendwie blöd. Nein! Ich hätte nicht mehr draufhauen sollen. Alter, rote Deck. Ich bin so schlecht. So schlecht. Wo ist Riffen? Da ist Riffen. Hi, Riffen. Buh. Buh. Let's push, 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 push. So, wir müssen ein paar Last-Hits machen, um unsere Mana wieder aufzufüllen. Also ihr kennt ja die Passive. Jeder Last-Hit-Mana-Leben. Ich meine Mana auch, oder? Ja, Mana auch. Zwar nicht so viel, aber es ist trotzdem ein bisschen was. Wenn man so eine ganze Welle mit einer Attacke cleart, kann das schon, naja, fast, aber auch nur wirklich fast, die Mana dafür wiederherstellen. Wir haben hier das kleine Problem. Sie kann die Minions schnell genug clearen, dass ich nicht bis an den Tower pushen kann und ich kann nicht schnell genug pushen. Und ich muss sie irgendwann mal langsam killen. Und es haben wir nämlich ein Problem, dass wir ein... Nein, du viel Last-Hits! Ja! I love my E! Stop! Das lassen wir. Unsere Minions sind sie zu weit weg. Und genauso gut kann hier da vorne in dem Gebiet irgendwo ein Lee Sin sein. Ja, ich seh die Schriften. Ich hätte auch hier hinten... Na, das wär zu weit weg gewesen, die Golems. Tschu! Ach, Farm-Game, hä? Ah, die will mich reizen. Das schafft sie auch ernsthaft. Warte, wie viel Schaden... Okay, knapp 500. Ich muss sie einmal mit einer meiner Attacken treffen und dann kann ich meine Ulti auf sie verwenden. Und dann müsste sie tot sein. Ich würde aber gerne die... Scheiße, Farm. Die, äh, QW-Kombi haben. Ja! Yes! Wir sind tot! Ich brauch halt ein bisschen mit Show, ne? Scheiße, mein Teleport ist nicht ab und unten. Es sieht gerade ganz schön bedränglich aus. Egal, kann ich jetzt nichts dran ändern. Da-dam. Na ja, selbst wenn Lee ganken würde, würde das keinen Unterschied machen, Nummer 1, ich bin Shogart. Wahrscheinlich hätte ich genug Sustain, dass ich trotzdem noch dann überlebe. Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Leute, Riffen kommt. Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt. Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt, Riffen kommt. Leute, seht ihr es alle nicht? Okay, jetzt gerade kann man sie echt nicht sehen. Da ist sie. Just peng it. Ping, 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 ping. So, den Tower geht es jetzt an den Kragen. Ich hoffe, Lee ist nicht da oben im Tribusch, dem hier. Ähm, naja, selbst wenn. Riffen kommt wieder. Dann ziehen wir uns mal einen Ticken zurück. Lassen die beiden Creeps da drauf gehen. Ja, 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 entspann dich. Ich pushe da jetzt schon hin, keine Sorge. Was ist denn hier? Ups, die ganze Welle ist kaputt. Wie ist denn das passiert? Sorry, Mädel. Ich musste... Wow, wow, bitte nicht. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fahr! So, Chuggard ist... Ich weiß nicht, ob meine Kuh hier auch Schaden macht. Ja, macht sie. Keine Sorge, ich habe Besseres als Smite. Ähm. So, Teleport wieder in vier Minuten und ein bisschen. Wir müssen Tank gehen. Talon ist fett. Talon macht aber AD-Schaden, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, ich warte, das reicht nicht. Aber ich kann es ja auch so herum machen. Das kann weg. Wir können das nochmal holen. Und zwei hier vorne. Nein, ich kann doch einkaufen. Wieso das denn? Weil ich kein Geld mehr habe. Ähm. So. So, Ward. Aber das ist echt so. Hier vorne sieht man wunderbar alle Warden, ne? Hier, das ist vor allem hier die beiden. Die Warden echt, das ist fantastisch. Aber der Rest. Ja, so semi-perfekt. Vladimir muss vor allem hier vorne, der Set, das hat man ja ganz deutlich eben gesehen, dass der jetzt da rumläuft. Ich würde da gerne farm, farm. Darf ich farm? Nein. Nein, nein. Wir kriegen keinen Farm. Keinen Farm für K.P. Hopp. Ich hätte fast mein Warden hingesetzt. Fiora! Next to you! Next to you! Scheiße! Wupp. Ich bin so langsam. Ich bin so langsam. So, God, so lang. Was machen die denn hier? Für einen einzigen. Titi, Alter. Statt Fiora zu helfen. Vladimir, du wärst schnell genug gewesen. So, God is here. Oh. Och, schade. Ich dachte, das trifft den da bis dahinten. Anscheinend ja nicht. Wieso machst du Jungler... Nein, den doch nicht! Den doch nicht! Ah, der merkt das gar nicht. Das ist gar kein Unterschied für den. Wir lassen das. Ich gehe hier garantiert nicht rein. Oh, er geht aber rein. Und zwar richtig hart. Das war ein einfaches... Nein. 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 yss. 曾io. Woop. Ja. Bei jedem Mal, wo ich jemand hochschau, da heißt es so viel wie Wub. So, den haben wir auch. Dragon kommt erst in 3 Minuten wieder. Ich schaue man einfach. Wupp. Wupp wupp. Hej die! Warte! Die dreht um. Nein! Oh mein Gott, 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 hier unten ist was, hier unten ist was. Sorry, ich muss das, wo, wie sagt der mich jetzt ungehört? So, der, die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht. Dann lasst uns mal hier vorne pushen. So God, it's on the way. Oh, die Minutes besetzen, aber jetzt ist nicht so schlimm. Jetzt bin ich gewaltig. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr Tanki gehen und dann kann ich mich überall reinstellen. Also bisher sind wir ja nicht so so... Ah nein, nein! Entschuldigung. Ich hab's versucht. Ah! Langsam wird's zu viel für mich. Der ist tot. Hm, ein langsamer Sugar darf... Nein, 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 bitte geh weg! Wow. Scheiße. Need help, need help! Capi stirbt, Capi stirbt, Capi stirbt. Nein, ich wollte drüber flashen! Ne, pfff. Drei Stacks sind weg. Komm, gib Schlimmeres. Er hat keinen Shutdown und kein gar nichts bekommen. Dafür hat er mich eigentlich mehr killen lassen müssen. Ähm... Ist irgendwer von denen magisch? Ja. Nein! Doch... Six. Hey, was hatten die denn da für eine Aufstellung? Ich hab das ehrlich gesagt noch nicht wirklich angeglotzt. Ähm... Nein, das ist zu untanky. Ben, schieß vielleicht... Ich bräuchte ja was... Ich will kein Randoins holen. Randoins... Obwohl... Eigentlich doch... Ah, ich weiß nicht, was ich mir holen soll. Das ist ja natürlich auch total geil, wenn ich offensiv gehen will. Aber ich... Ich geh... Ich geh auf Randoins. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich geh einfach der Megatank, der ich sein kann. Ich mein... Ich brauch... Ich krieg drei Stacks gleich noch dazu und dann... Die wollen... Äh... Die wollen hier das hier gleich vorbereiten, Leute. Die warten nur darauf, dass der respawnt. Leute, ich bin noch nicht da. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin noch weit genug weg. Also nicht weit genug, sondern halt nicht so weit weg. Okay. Käppi kommt, Käppi kommt. Der ist tot. Da vorne muss ich helfen. Äh, ich bin so langsam. Dafür ist ein Tank da. Muhaha. Wie stark pushen wir jetzt? Hoffentlich hat... Ach nein, Jadimir ist tot. Oh mein Gott. Fiora, OP. Nein, 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 nein. Fiora, ich kann dir nicht mehr helfen. Komm, ich take. Oh mein Gott. Bitte lass uns abhauen. Ja, das gibt auch das Wort nicht. Ich wollte mich halt umdrehen und den dann sneaky, ne? Die setzen aber auch nie Wards, dass ich mich dann schnell hin tilportieren kann. Das ist total nervig. Oh mein Gott. Leute. Denkt mal daran, euch einen scheiß Smite zu holen. Ich bin nicht euer Smite für Dummies. Wer ist denn hier überhaupt Smiter? Ja, man braucht keinen Smite. Ja, das stimmt sogar. Ja, wir brauchen hier definitiv... Oh, what? So viele! Ja, die gehen nach unten, die gehen nach unten, die gehen nach unten. Also, die haben sich gerade aufgesplittet. Das ist gut für uns. Oh mein Gott! Ich gehe gerade leicht ab. Wieso? 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 Nein. Nein, Leute. Ich gehe auf die Lane. Ich mache die Minions. Ah, Fiora hatte die gleiche Idee. Go away. Ah, Leute. So, letzte Fressstufe wieder. Perfektometer. You shall not escape. Top baut sich einem Monster weiter zusammen. So, machen wir Fiora? It seems like Fiora is... Oh, it hurts so much. Ich werde das... Ah, nein! Vladivir! Hör auf, Autolaufen zu haben! Leute, wir sind hier drei gegen alle. Drei gegen alle. Drei gegen alle. Stand behind. Wir werden das nicht schaffen. Entschuldigung, Braum. Ich werde auch nur gerade so entkommen. Hallo? Hallo? Nein! Nein. So, jetzt reicht's aber. Ich werde nicht greedy werden. Ich wollte dir eigentlich nur helfen. Gut, das hat nicht ganz so gut geklappt. Aber wir leben noch. Wir haben keine Sex verloren. So, jetzt haben wir ein kleines Pushen betätigt. Ah, gegen... Ja, komm, gegen Six. Ich hab jetzt, wo ich angekratzt bin, noch mehr Leben als er. Hoffentlich kommt Fiora gleich wieder. Oh. Meine Weh war nicht weit genug. So, jetzt haben wir mehr als genug Farm. Können uns das holen und dann muss ich mal überlegen. Heimwacht holen wir uns dann als nächstes. Und all das andere. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, Talon. Hör auf, die ganze Zeit zu schreiben. Wir haben sowas von gewonnen. Okay, Fiora, sag kann. Fiora ist die mit den meisten Fienden. Das ist uncool. Aber es gibt Schimmeres. Ja, die Weh war zu viel. Zwei Minuten. Das passt. Ich hätte richtig Felschake machen müssen. Egal, wir hoffen einfach mal darauf, dass da in Wirklichkeit nichts war. Okay, jetzt darf ich wieder aufhören zu farmen, weil Eddie Carries da. Wir gehen ein bisschen vor. Machen ein bisschen checken. Checken, checken, checken. Checken. Geschickt. Wenn die nächste Wende so ein bisschen ankratzen. Angekratzt. Ähm. Wieder schicken. Die kommen hier garantiert gleich hin. Es wundert mich, dass die jetzt noch nicht da sind. Das muss auf die zwei. Okay. Nein, bitte lass uns weggehen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ah. Nein. Braum. Stand. Mach doch dieses Stand. Wie heim. Och man. Leute. Leute. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich bin zu langsam. Hihihihi. Nein. Ich häng fest. Habt ihr das gesehen? Ich hab volle Kanne. Hier. So. Was macht er die ganze Zeit, ey? Das dürfen wir nicht schaffen. Nein! Mama! Ein wildes Riffen verfolgt mich. Ein wildes Riffen. Ein ganz wildes Riffen. Ich will zu weit ab, Papa. Okay, wir haben das nicht geschafft. Shogard is unstoppable. Hm. Ich sollte hier nicht so lange verbringen. Scheiße, 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 scheiße. Ja, 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 ich bin auf dem Weg. Ich hab mir das Falsch von beiden geholt. Egal. Ah, da, da, da läuft sie lang. Egal. Egal, wir werden sie nicht chase. Wir müssen diese Lane pushen. Ähm. Ich hätte hier gerne mal einen Beru. Andere Art von Smile. Oh, man. I love it, to be suggered. Zo-cho-cho-cho-cho-cho-iko, Zug. Der Cho-cho-Zug, Zug, Zug durch. Alter, ich mag diese Runde. Ich hab so den... What? So den OP-Farm. Ah, ja, komm. Mach mal, was du willst. Fangst ruhig an mir rum. Okay, das war ein Zeichen dafür. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Wo ist der? Okay. Weg! Okay. Sie sagt nein. Sie macht ihn jetzt. Oh mein Gott. Zwingt mich nicht immer solche Aktionen zu machen. Oh, jetzt bin ich unstoppable. Scheiße. Ich will keinen Shutdown kriegen. Ja, wir gewinnen das. Nein, ich bin gestorben. Och, scheiße. Help, I need somebody, help. GG, Leute. Gut. Yay, und dabei war der 1er-fk. Ja, das war halt dieser Vorteil. Riven hat gegen Shogart keine Chance, außer Riven ist gut. Oder, ganz ehrlich, die Sin hat mich keinmal gegankt. Der war einmal da, ist aber nicht gekommen. Entschuldigung, ich muss gerade Wasser nehmen. Also, das ist nicht Wasser, das ist Kulensache. War zwar einmal da, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn das geschrieben, er ist gegangen. Zwar hätten die nicht wirklich was bewirken können, weil ich wäre zum Tower zurückgegangen. Ich bin aufmerksam da oben. Ähm, aber trotzdem hätte sie kommen müssen. Einfach dieses Muss. Er hätte sich sogar über die drei Büsche wahrscheinlich zu mir hinsneaken können, ich hätte es nicht mitbekommen. Ähm, gut. Dann war es auch noch so, naja, wir waren einfach fetter und die hatten auch keinen so richtigen Range-AD-Carry. Das ist ein Nachteil. Klar, sie hatten Six, der hat ganz schön stark gepokt, aber, naja, sie hatten auch keinen richtigen Tank. Und Lee Sin war noch nicht so weit, der hatte nicht genug Farm bekommen, der hatte keine gar nichts bekommen. Und Fiora hat natürlich dominiert. Äh, was aber auch in der Natur einer Fiora ist. Es gibt Fiora-Farm und sie dominiert alles. Ich meine, allein während ihrer Ulti dieses unantastbar, also, dass du sie nicht wirklich angreifen kannst, ist schon ganz schön stark. Ähm, ja. Und wir haben jeden Dragon bekommen. Wir hätten auch noch theoretisch, äh, Baron machen können. Ganz leicht. Aber das haben wir dann nicht. Gut, viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Außer, what, 14.000 Gold insgesamt gemacht. Mhm. Also, ich habe so eine Übersicht auf meinem Teil. Okay. Jo. Passt doch. Ähm, und man sieht sich irgendwann später. Tschüss. 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 Sieg. Frach. Bu many waren nicht?